Hallo Friends, manche von euch melden Probleme beim Überweisen, deswegen diese kurze Anleitung. Phase 1 ist hier dieser Link. Am einfachsten ist, ihr geht auf von die EU, Visa-Überweisung, Betrag mal 30 multiplizieren, 1 Euro sind 30 Rebners, 100 Euro sind 3000 Rebners, Visa-Daten los. Für die Giga-Chats unter uns gibt die Option, mit Bitcoin zu spenden, hier. Ansonsten, wenn ihr dennoch Swift benutzen wollt, müsst ihr anstatt normaler Überweisung eine Auslandsüberweisung verwenden und manche müssen auch mit einem Tarn Ukraine als Überweisungszielland in den Optionen freischalten. Stellt auf jeden Fall die Einstellung Versenderzahlt die Gebühren, damit ihr sicherstellen könnt, dass ihr nicht zu viele Gebühren zahlt. Ansonsten, wie gesagt, einfach Visa benutzen. Danke für eure Hilfe.